Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin die Emma und natürlich machen wir heute weiter bei Eponas Anreise hier und ich bin sehr sehr gespannt, wir reden mal mit ihr. Schnell, du hast meinen Vater, äh, du musst meinem Li-Jian alles erzählen. Beeil dich, er ist ein guter Freund von Hermann. Nebenbei ist, ich heiße Ming-Ju. Ich hoffe, wir werden später noch Zeit haben, uns näher kennenzulernen, aber jetzt solltest du los. Beeil dich. Ja gut, ich muss sagen, ich habe sie auf so Festivals oder so noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob sie so eine bedeutende, unbedeutende Rolle spielt. Wer bist du? Bist du von der GED? Hermann steckt auf dem GED-Gelände fest. Ach herrje, das ist übel. Hermann von der GED gefasst. Das ist gar nicht gut. Wenn er Glück hat, kommt er bei der Polizei mit Hausfriedensbruch davon, aber ich bin da mir nicht so sicher. Sie wissen, dass Hermann sie aus der Erntefeldprovinz haben will und ich denke, sie werden diese Gelegenheit nutzen, um sicherzustellen, dass er in Zukunft nicht mehr gegen sie arbeiten wird. Ich weiß das, was ich tun könnte, um ihn zu befreien. Aber was habt ihr eigentlich auf dem GED-Gelände getrieben? Hermann sollte Frau X treffen? Ich habe viel über sie gehört, habe mich aber aus dem Kampf zwischen ihr und der GED herausgehalten. Aber wenn irgendjemand Hermann aus dem Clown der GED befreien kann, dann Frau X. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, damit du sie findest. Aber erst einmal habe ich mich hier auf meiner Farm lange genug abgeschottet. Ich habe mich hier vor der GED versteckt, damit sie hier nicht herkommen. Stattdessen haben sie aber einfach ihr Gewerbe auf den Berg versetzt. Es spielt keine Rolle, wie sehr ich mich versuche zu verstecken. Sie machen am Ende doch, was sie wollen. Und jetzt haben sie eine Grenze überschritten. Hermann entführen? Das geht so weit. Die GED muss gestoppt werden. Ich werde jede Hilfe gebrauchen können. Es macht keinen Sinn mehr, sich hinter hier weiter zu isolieren. Und wenn jemand aus Jallerheim helfen will, ist er willkommen. Emrah, reite raus und schließe das Tor auf. Welches den Weg zu meinem Grundstück und Jallerheim trennt? Der Code lautet 1234. Komm dann zurück und wir können darüber nachdenken, wie ich dir helfen kann. 1234, das ist natürlich ein krasser Code. Ich bin so gespannt. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Achso, ich bin falsch auch. Ich muss da hinten lang. Ich bin so gespannt. Schweinchen. Ich bin doch Schweinestall. Und Weinfelder. Und das besagte Tor. Eins, zwei, drei, vier. Leg. Cool. Freue ich mich. Oh, mein Pony freut sich auch, denn es wird jetzt ein Level aufsteigen. Sehr gut. Oh, das sah cringe aus. Dann ist Crazy schon auf Level 14. Ich wollte den nämlich auch heute ausleveln noch. Bin aber irgendwie einfach noch nicht zugekommen. Hab auch die Events noch gar nicht fertig gemacht. Aber das macht nichts. Machen wir später. So. Zack. Hast du das Tor aufgeschlossen? Gut. Dann kann ab sofort jeder von hier nach Herlerheim reisen. Ich wünschte, ich hätte eine gute Idee, wie du Hermann vor der GD retten könntest, aber leider fällt mir gerade nichts ein. Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren, aber ich kann dir nichts versprechen. Vielleicht ist Frau X die einzige Möglichkeit, Hermann zu retten. Leider weiß ich nicht, wie man sie erreichen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über sie. Nur, dass sie sehr mutig, intelligent und die Anführerin von Chill ist. Chill hält sich geheim. Es ist also relativ schwierig, mit dem Anführer in Kontakt zu treten. Aber eventuell weiß eine Person namens Pamela Moonriver mehr darüber. Sie wohnt im Mondsicheldorf, in der Nähe des Vollmondstroms, der Fluss, der nach Süden fließt. Pamela hält ganz offen zu Chill. Eine sehr mutige Frau, wie ich finde. Und wenn du ihr deine Situation erklärst, kann sie dir sicher helfen. Meine Tochter Ming-Ju ist gut mit Pamela befreundet. Sie kann dir helfen, mit ihr Kontakt zu treten. Sprich mit Ming-Ju. Okay, das ist doch schon mal was. Gut, dass die hier alle so ein bisschen miteinander doddeln. Und ich nicht so komplett lost bin, ne? Hey, Emrah, konnte mein Vater dir helfen? Nicht? Nicht gut. Sag mir, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Ja, kannst du. Du musst mit Pamela Moonriver in Kontakt treten. Ich kenne sie. Ich kann dir helfen. Aber wenn du ins Mondsicheldorf möchtest, musst du das Tor bei mir erst aufschließen. Am Tor gibt es ein Teilenschloss, genauso wie am Tor nach Herlerheim. Ich erinnere mich nicht mehr an den Code. Es ist zu lange her, dass es jemand geöffnet hat. Ich hatte eine richtig gute Methode, um ihn mir zu behalten. Wie ging sie nur? Ja, genau. Es ist ein Code mit vier Ziffern und diese bestehen jeweils aus der Anzahl der Beine einiger Liebewesen. Die Lebewesen sind Bär, Pferd, Mensch, Ameise. Vier, vier, zwei, wie viele? Verstanden? Ich weiß nicht, wie viele Beine Ameisen haben. Ich versuche es jetzt einfach mal mit vier. Vier, vier, zwei, sechs. Uppala, der hat eins nicht genommen. Verdammt. Vier, vier, zwei, sechs. Okay, gut. Dann hatte die Ameise doch sechs Beine. Sehr gut. Achso, nee. Ich gehe jetzt erst mal... Ich dachte, ich muss sie mitnehmen oder so. Jetzt können wir einfach entlanglaufen und ins Mondsicheldorf kommen. Ich bin sehr gespannt. Sieht so sumpfig aus. Hier. Oder? Die Trauerweiden. So sumpfige Trauerweiden. Ich weiß nicht. Hat so seinen eigenen Charme, oder? New Hillcrest. Oh. Das finde ich richtig schön. Okay. Hier sind Menschen. Wie es in so einem Dorf üblich ist. Schick. Da steht jemand. Hallo, du und willkommen im Mondsicheldorf. Ich heiße Pamela Moonriver. Wir sehen nicht oft neue Gesichter hier. Wer bist du? Also, wer bist du für eine Frau, wenn ich fragen darf? Ambra, schön dich kennenzulernen. Jian und Ming Zhu meinten, dass ich dir helfen kann, Frau X zu treffen. Warum bist du überhaupt so interessiert an ihr? Dein Freund Hermann wird von der GD festgehalten, sagst du? Hm. Ich habe von Hermann gehört. Scheint ein guter Kerl zu sein. Weißt du, ich habe versprochen, diese Säcke hier zur Mühle zu bringen. Wenn du mir mit den Letzten hier hilfst, werde ich darüber nachdenken, dir zu helfen. Kein Problem. Wo stehen die Säcke? Hier vorne. Ich habe ja irgendwie die Vermutung, dass sie das selber ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Wo ist ich denn hin? Achso, schneller geht leider nicht. Hier gibt es auch Klamötchen. Hier gibt es Klamötchen. Müssen wir uns gleich mal alles ganz genau anschauen hier. So, hier hinten müssen die hin. So. Und der zweite Sack auch noch. Das ist ja eigentlich für ein komisches Haus, das so einfach komplett eingedings ist. Als wäre das ein Gefängnis. Hier. Interessant. Vielleicht findet man dazu ja noch was raus. Gibt es dazu ja noch eine Mission. Okay. Gehen wir nochmal zur Pamela runter. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Danke für deine Hilfe. Du scheinst mir ein anständiger Mensch zu sein. Und wenn Jian und Ming dir vertrauen, dann bin ich auch bereit dazu. Zuerst ein guter Rat von mir. Pass auf, was du in dieser Gegend über Frau X und Chill sagst. Du weißt nie, wer gerade zuhört. Und ich höre mich mal um. Vielleicht kenne ich jemanden, der weiß, wo Frau X ist. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber ich werde mich auch ein bisschen schlau machen, was dich angeht, Amra. Einfach mal sehen, ob ich etwas mehr über dich erfahren kann. Sicherheit geht vor. Du weißt, schießt das schon. Das verstehe ich. Ich würde trotzdem total gerne mal kurz schauen, was es hier so gibt. Das ist so dieser Shop. Ich möchte den Shop ansehen. Okay. Das sieht hier interessant aus. Interessant auf jeden Fall. Aber dafür, dass sie gesagt haben, dass es hier immer so warm ist. Und das irgendwie unfassende Klamotten. Nur nur Klamotten für mich. Gucken, ob es hier noch gibt. Da oben ist auch noch ein Stand. Gefährde. Oh yeah. Gucken, was es hier so ist. Sie sehen auch schon ein bisschen älter aus. Und haben so ihren komplett eigenen Stil. Muss man mögen, muss man mögen. Oh, hier sehe ich Pferde. Meine Freunde. Okay, interessant. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Das sind die Knapstruppe. Die standen ja mal eine Zeit lang auch in Jorvik. Die sind zwar auch schon der Generation 3. Drei allerdings noch von einem alten Spielemacher. Also, äh. Sorry. Von einem älteren, ähm. Ja. Modedesigner, sag ich jetzt mal. Deshalb gefallen die mir leider, 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 leider nicht so gut. Und das hier sind anscheinend das Jorvik'sche Warmblut. Das, was man am Anfang quasi bekommt in anderen Farben. 750, stolzer Preis auf jeden Fall. Coole Farben sind auf jeden Fall bei. Kann man nicht sagen. Aber ist auch ein Modell, was mich leider nicht interessiert. Schade, schade. Okay. Äh, ich glaube, wir haben erstmal alles gesehen, was jetzt hier so im Umfeld ist. Da gibt es schon eine tägliche Aufgabe. Oder ist es vielleicht das Hotel oder so. Gut, wir gehen nochmal zu ihr zurück und gucken mal, was sie noch möchte. Oder, ähm. Ja, was sie noch mit uns zu betöttern hat. Sie ist auch voll der schöne Garten. Hallo, Emra. Ich habe mir, ich habe mit meinen Kontakten gesprochen. Du scheinst eine verlässliche Person zu sein. Ich helfe dir so gut ich kann. Du willst Frau X treffen? Verstehe ich das richtig. Weißt du überhaupt, wer Frau X ist? Nicht viele wissen es, aber Frau X ist die Anführerin von Chill. Chill, äh, sind Jorvik's führende Kräfte im Kampf gegen die GED. Ich unterstütze sie so gut es geht, aber sie sind streng geheim. So dass mein Beitrag in diesem Kampf recht klein ist. Wenn sie meine Hilfe benötigen, setze ich alles in Bewegung. Ich habe Frau X nur einmal getroffen und wir haben ein paar kurze Worte miteinander gewechselt. Sie klopfte eines Nachts plötzlich an meiner Tür. Sie wurde von dem GED-Wächter gejagt und brauchte einen Unterschlupf. Ich habe ihr mein Bett angeboten und keine weiteren Fragen gestellt. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war sie bereits über alle Berge. Sie sagte, wenn ich irgendwann einmal Chill zur Hilfe benötigen würde, solle ich nach New Hillcrest und dort fragen, ob... Was war das? Hast du es gehört? Jemand kommt. Achtung, das ist Junior Buttergood. Was ist das? Hat für ein Teil... Kein Wort über Frau X. Oder Chill zu ihm, Amra. Hm. Guten Morgen, Junior. Wie schön, dass du vorbeischaust. Das ist mein Freund Amra. Kennt ihr euch schon? Nee, kennen wir nicht. Ich bin mal gespannt. Die sieht ja lustig aus. Das ist der Sohn von dem... Scott? Amra? Was ist das denn für ein Name? Du, Amra, wir wollen hier keine fremden Nepona. Ich denke, es wäre also das Beste, wenn du dich wieder abzischt. Sobald wie möglich. Schnaub. Äh, Schnaub. Ja. Pamela, wo ist mein Honig? Wenn ich den heute nicht bekomme, wird das nicht spaßig für dich werden. Boah, was für ein Ekel. Also Pamela, der Honig ist wo? Du weißt, dass das das Einzige ist, was mein Vater glücklich macht. Eine Tasse Tee mit deinem Honig. Deshalb hat die auch so viele... Ach, das sind auch die Bienen. Ja, okay. Dein Honig ist der Beste in ganz Nepona. Nur deswegen kaufe ich ihn von dir. Aber wenn du nicht liefern kannst, was ich will, muss ich es woanders kaufen. Ich werde meine Einkäufe einfach woanders erledigen. Es spielt keine Rolle, was mein alter Vater sagt. Also sieh dich vor und besorge mir den Honig. Ich erwarte, dass du mir den Honig heute noch nach Butterberg bringst. Äh, lieferst. Oh, was für ein Ekel. Tschüssi. Da sind wir ja gar nicht traurig drum. Dass wir den bis jetzt noch nicht kannten. Das war Juni Buttergood. Der Hauptober... Das Oberhaupt der Buttergood-Familie. Ein richtiger Kotzbrocken. Aber er ist der mächtigste Mann hier im Ort und weiß, wie man es ausnutzt. Alle haben Angst vor ihm, auch ich. Er ist außerdem mit dem GED-Typen befreundet. Naja, ich mache meinen Honig, um die Leute glücklich zu machen. Und wenn ich jemanden damit glücklich machen kann, wird es wohl eine gute Sache sein. Auch wenn eine Person... Auch wenn die Person Waldemar Buttergood ist. Wer Waldemar ist? Er ist der Buttergood-Familienälteste. Muss weit über 100 sein. Ein fieser Mann, der seit... Aber seit er vor 10 Jahren einen Schlaganfall hatte, hat Juni ja das Sagen über die Buttergood-Familie. Schwer zu glauben, aber verglichen mit Waldemar ist Juni ja ein richtiger Sonnenschein. Oh Gott. Amber, kannst du mir bei der Vorbereitung des Fronigs für Junior Buttergood helfen? Ich glaube, wir können diese Lieferung nutzen, um näher an Frau X zu kommen. Lass mich das erklären. Viele in der Buttergood-Familie sind richtige Kotzbocken. Du hast ja schon Junior getroffen. Aber im Vergleich zu seinem Vater ist er, wie gesagt, ein Engel. Glücklicherweise gibt es auch gute Menschen in der Buttergood-Familie. Robert Buttergood ist einer der besten Kerle, die ich je getroffen habe. Ehrlich, freundlich, mutig und Mitglied bei Chill. Genau. Juniors kleiner Bruder ist auf unserer Seite. Überlege nur... Überlege nur, wenn Junior das herausbekehme, Amber. Dann wäre er Bath. Aber das ist natürlich ein Geheimnis. Das darfst du niemandem verraten, verstehst du? Gut. Du musst mit Robert Buttergood reden. Frau X bat mich, ihn zu kontaktieren, wenn ich jemals Chill-Safe brauche. Es wäre also ideal, wenn du ihm die Lieferung nach Buttergood bringst. Sammle Honig aus den Bienenkörben und schaue in der Zwischenzeit nach Gläsern für den Honig. Okay. Ah ne, sie schaut nach den Gläsern und ich sammle einfach den Honig ein und ich muss absteigen. Hoffentlich muss ich mich nicht... Muss ich mich nicht hier... Oh Gott, sind wir gerade geslidet. Interessant. Und dieses Geräusch ist schon echt eklig. Ich mag das überhaupt nicht, vor allem am Ohr. Das ist richtig widerlich. Achso, wir haben schon alles zusammengesammelt. Wo ist mein Pferd? Pony, komm her. Hast du den Honig gefunden? Perfekt. Die Bienen haben dich nicht gestochen, oder? So, hier sind ein paar Honiggläser. Jetzt hast du einen Grund, um Butterberg zu besuchen. Dort wohnt die Buttergood-Familie. Kennst du Butterberg überhaupt nicht? Dann kann es nicht schaden, wenn du etwas über diesen Opferort erfährst. Es ist so. Butterberg ist eigentlich ein Anwesen, auf dem die Butterberg-Familie wohnt. Es wurde auf den Ruinen einer alten Festung namens Von Naseburg gerichtet. Niemand weiß, wer die alte Festung gebaut hat. Aber ich habe gehört, dass eine Kolonie des Römischen Reichs dort vor 2000 Jahren gelebt haben soll. Die große Festung hinter Von Naseburg? Du scheinst an Geschichte interessiert zu sein, Emre. Ich bin nicht die richtige Person dafür, aber du kannst sicherlich jemanden in New Hillcrest finden, der mehr darüber weiß. Jedenfalls heißt die Festung Fort Maria. Sie ähnelt Fort Pinter sehr. Ist dir das aufgefallen? Ich war ja noch nicht da. Sie wurde zur selben Zeit errichtet, aber Fort Maria ist geschlossen, solange man sich daran erinnern kann. Es ist wahrscheinlich nur ein Märchen, aber keiner, der es über die Mauer heraus geschafft hat. Hat ist je zurückgekehrt? Etwas, was Eltern ihren Kindern erzählen, damit sie keine Dummheiten anstellen. Wie auch immer, wenn ich dir schon etwas über Epona erzähle, kann ich dir auch vom großen Donner berichten. Zwischen Von Naseburg und New Hillcrest gibt es eine riesige Schlucht, die Epona in zwei Teile teilt. Der große Donner entstand, als eine dort gebaute Schießpulverfabrik vor ein paar hundert Jahren explodierte. Aber genau der Genug der Geschichtsstunde, du hast eine wichtige Mission zu erfüllen. Nimm die Honiggläser und bringe sie zu Junior auf die Spitze des Butterbergs. Er weiß, wo du Robert finden kannst und du brauchst einen guten Grund, warum du ihn treffen musst. Ich habe eine Idee. Sag Junior, dass ich Hilfe bei Reparaturen der Bienenstöcke brauche und dass es keinen Honig mehr geben wird, bevor er mir hilft. Er wird garantiert Roberts Hilfe dafür benötigen. Also viel Glück. Ja, okay, gut. Mein Gott, das war jetzt echt viel. Wir müssen jetzt irgendwie da runter. Ich würde jetzt einfach mal hier den langen Hauptweg entlang reiten. Ich kann von gar nicht mehr reden, weil ich so viel vorgelesen habe. Von Naseburg, rechts. 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 Auch GED-Dinge, aber die sind ja dann halt auch untereinander verknüpft, leider. Schon schick hier, ne? Bin ich falsch gelaufen? Muss ich da hoch weiter? Wahrscheinlich, ne? Ah ja. Du schon wieder, habe ich dir nicht gesagt, dass du verschwinden sollst? Du warst vorhin für meinen Vater dabei. Konnte Pamela das nicht selbst machen? Nun ja. Ich habe zu schnell gedrückt. Verdammt. Warum bist du noch hier? Wenn du Trinkgelds haben willst, kannst du es vergessen. Du musst meinen Bruder Robert treffen. Treffen? Einer von Pamela's Bienenstöcken ist zerbrochen, sagst du? Sie braucht Roberts Hilfe zum Reparieren. Nun ja, das ist ja nicht viel zu machen. Papa braucht Honig. Aber du musst mir erst einen Gefallen tun. Andernfalls sage ich dir nicht, worüber das ist. Du wunderst dich, wieso das Wichtigste ist als der Honig. Tja, das ist so. Aber ich sehe, dass du in Eile bist. Und ich habe Zeit zu warten. Du wohl nicht, nehme ich an. Sieh mal, das ist nur ein kleiner Gefallen. Das geht auch ruckzuck. Reite zum großen Donner und schaue, wie die Reparaturen der Brücke vorangeht. Scott meinte, äh, Scott, mein anderer kleiner Bruder, ist dafür zuständig und er soll mir einen Bericht über den aktuellen Fortschritt geben. Ich hätte den Bericht heute Morgen bekommen sollen, aber er ist noch nicht da. Scott ist leider nicht mit der Intelligenz unseres Vaters gesegnet, also reite du am besten zu ihm und hol den Bericht. Und wenn er nicht fertig ist, kannst du ihm sagen, dass er heute Nacht in der Scheune übernachten darf. Hint fort nun mit dir. Gott. Was ist denn mit dem? Ich dachte schon, Herr Campbell wäre schlimm, aber der ist ja auch so die... Ekelhaftigkeit überhaupt. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Reite ich richtig oder reite ich schon wieder nicht richtig? Ich weiß es noch nicht. Das werden wir gleich herausfinden. Ich glaube, wir reiten dich richtig. Ach, Schiete, ich möchte da durch. Kann ich da durch? Ja, kann ich. Aber ich komme hier nicht hoch. Ja, das sieht eher nach dem richtigen Weg aus. Hinten ist die Brücke, glaube ich. Ja, und da steht er. Die sehen halt auch alle richtig krank aus, ne? Nanu, wer bist du? Du bist in einem gesperrten Gebiet, hast du das nicht verstanden? Du willst den Bericht für Junior haben? Er weiß viel, wie viel Ärger ich mit dem Bau der Brücke habe. Natürlich hatte ich also keine Zeit, um den Bericht zu schreiben. Weißt du, wie schwierig es ist, eine Brücke über den großen Donner zu bauen? Seit Generationen versucht man das schon, aber es stürzt jedes Mal ein. Weshalb sie jedes Mal einstürzt, frag mich nicht. Ist sicher irgendein Werwolf oder Vampir oder irgendein anderer Kobold, der den Bau verhindert. Ob es hier Werwölfe oder Vampire gibt? Natürlich. Ob ich welche gesehen habe? Natürlich nicht. Niemand hat das. Glaubst du nicht, dass du das dann in der Zeitung gelesen hättest? Überleg doch mal. Alle, aber alle wissen, dass es Monster hier in Nepona gibt. Zumindest alle mit etwas Verstand, aber du scheinst nicht dazu zu gehören. Spaß beiseite, jetzt fängst du an, den Bericht, den Junior haben will, zu schreiben. Ich muss mit dem Bauer der Brücke weitermachen. Warum du den Bericht schreiben sollst? Ganz einfach. Wenn du einen Bericht haben willst, schreibst du ihn ganz einfach selber. Ich habe keine Zeit und schlafe lieber in der Scheune, als mich vor Junior herumkommandieren zu lassen. Okay, ich werde dir helfen. Entschuldige bitte den rauen Ton, aber die Arbeit hier ist stressig und Juniors Stimmung färbt auf mich ab. Mach dir keine Sorgen. Es ist recht einfach, so einen Bericht zu schreiben. Hier ist eine Vorlage, die du benutzen kannst. Reite einfach zu den in der Vorlage angebenen Stellen. Prüfe dann, ob diese in Ordnung aussehen oder nicht. Ist gar nicht so schwierig. Komm dann zurück und schaue mir das Ganze nochmal an, bevor du damit zu Junior reitest. Ja gut, dann machen wir das doch. Ich wusste gar nicht, dass Scott dich hier rumhantiert. Ich hatte erst gedacht, der ist irgendwo Richtung Starshine Ranch oder so. Weil der auch so Cowboy-like aussieht. So, das haben wir geschafft. So. Hast du den Bericht fertig geschrieben? Mal sehen. Sieht absolut okay aus. Zumindest, um Junior zufriedenzustellen. Ich danke dir. Wer heißt du überhaupt? Herzlich ist Scott Buttergood. Schön, dich kennenzulernen, Emrah. Ich kann gerne eine kleine Pause machen. Oh mein Gott, ich habe schon wieder zu schnell gedrückt. Du hast also Junior aus unserer Familie getroffen. Was hältst du von ihm? Oho. Du musst dich antworten. Emrah ist eine unangenehme Zeitgenosse, ich weiß. Man könnte sagen, dass es in der Familie liegt. Unser Vater, Waldemar, ist der unfreundlichste Mensch, den ich je getroffen habe. Glücklicherweise wurden wir damit verschont, ihm als Kinder oft zu sehen, da unsere Mutter uns aufgezogen hat. Als ich starb, dachte ich, unsere Familie wäre dem Untergang geweiht. Aber unsere Brüder haben trotz allem zusammengehalten. Weshalb unser Vater uns nicht großgezogen hat? Nee, du Emrah. Wir waren auf uns alleine gestellt. Er war nur an Junior interessiert. Um Robert und mich hat er sich nie geschert. Schau nicht so traurig. Es war Junior, der dem Kürzeren von uns gezogen hat. Wenn du Mitleid mit jemandem haben willst, dann mit Junior. Genug mit dem Gefasel jetzt. Ich muss mit dieser undankbaren Arbeit des Brückenwows weitermachen. Reite mit dem Bericht zu Junior. Und denke besser zweimal darüber nach, ob du die Brücke benutzen willst. Sie ist noch nicht fertig und ich kann dir nicht garantieren, dass sie hält. Aber das ist deine Entscheidung. Bis dann. Okay, er scheint ja okay zu sein. Nicht so wie sein Bruder. Wie der eine Bruder zumindest. Den anderen Bruder haben wir noch nicht kennengelernt. Hast du den Bericht? Gut, ich brauche etwas Papier, um heute Abend das Feuer anzuzünden. Ob ich das nicht lesen werde? Ich würde das niemals lesen. Ich kommandiere Scott nur gerne herum. Aber er muss manchmal daran erinnert werden, wer in dieser Familie das Sagen hat. Ist ja richtiger Kotzbrocken, ne? Du solltest mit jemandem wie Pamela nicht abhängen. Sie ist kein guter Umgang, musst du wissen. Sie versteht nicht, welche drei Dinge im Leben wichtig sind. Geld, Geld und noch mehr Geld. Nur die GED hat etwas Ahnung von dieser Insel. Aber alle anderen werden noch sehen. Ich habe große Pläne. Du suchst noch meinen Bruder Robert. Warum willst du diesen Tölpel treffen? Pamela braucht Hilfe bei der Reparatur der Bienenkörbe. Nee, du, ich mag keine ungebetenen Gäste auf meinem Grundstück. Verschwinde. Ich habe versprochen, dir zu helfen. Wenn du mir den Bericht holst, habe ich das? Ich denke nicht, dass ich das versprochen habe. Daran würde ich mich jedenfalls erinnern. Aber ich bin heute besonders nett, okay? Robert ist wahrscheinlich unten beim Baumwollanbau und arbeitet. Los jetzt. Okay. Friss meinen Staub. Gar keine Lust auf dich. Und ja, dann suchen wir ihn mal. Weiß gar nicht. Irgendwo hier unten diesmal. Scheint diesmal der richtige Weg zu sein. Also sieht halt schon echt unschön aus, diese Gegend. Mit diesem ganzen GED-Zeug. Hier ist er. Hallo. Ich bin Robert Buttergood. Ich bin nicht mehr über die Organisation, als ich sollte. Die Bärlandzunge eine Einöde, wo nichts wächst. Scheint so. Das Land ist ruiniert, seitdem Junior dort nach Öl gesucht hat und die GED daraufhin die Arbeit vervollständigt hat, indem sie nach, wonach auch immer sie hier in der Ernteweltprovinz sucht. Dass die GED die Bärlandzunge irgendwann verließ, ist Chills Verdienst. Das ist eine aufregende Geschichte, aber darüber können wir weiterreden, wenn wir mehr Zeit haben. Auf jeden Fall bin ich chill beigetreten, nachdem ich herausgefunden habe, was mein Bruder und die GED auf der Bärlandzunge angestellt haben. Jetzt müssen wir in die Arbeit, Embra. Wir werden eine kleine Sabotage bei der GED hier in Vornasburg planen. Nichts Gefährliches, aber jede kleine Sache, die wir tun können, um sie aufzuhalten, ist ein Versuch wert. Die GED lagert einen Teil ihrer Materialien hier auf unserem Rundstück. Das sind alles Fässer und mit gefährlichen Chemikalien und eine Menge Maschinen. Die Maschinen werden wir sabotieren. Sand im Gastank ist ein Klassiker. Ich habe die Maschinen der GED schon einmal sabotiert, aber, äh, er ist wahrscheinlich Junior, hat irgendwann begonnen, mich für die ganzen kaputten Ausrüstungen zu verdächtigen. Seine Augen sind jetzt auf mich gerichtet, sodass ich keine Chance mehr habe, damit weiterzumachen. Der Plan ist, dass ich hoch zur Junior gehe, damit er sieht, dass ich nichts gemacht haben kann, während du den Gastank jeder Familie mit Sand befüllst. Ein perfektes Alibi für mich. Das wird Junior Kopfschmerzen bereiten. Das verstehe ich. Wenn du das machst, kann ich dir danach sagen, wie du Frau X finden kannst. Okay, das ist aufregend, das machen wir. Also aufregend im Sinne von alles, was wir tun können. Um die Schweine hier aufzuhalten, das machen wir auf jeden Fall. Ich muss echt absteigen. Na gut. Kaboom. Ich muss das auch nur viermal machen. Na gut, es geht. Hoppala. Ach, das ist so doof, dass ich dafür jetzt einmal abstellen muss. Macht es erstmal einen lauten Knall. Hier waren wir ja eben schon mal. Aber das Ding ist irgendwie sowieso schon aus. Keine Ahnung. Aber das Knall trotzdem ist so nice. So, dann muss hier... Ei, ei, ei. Dann muss hier auch noch was sein. Da hinten. Ne, doch. Aber das sieht natürlich auch keiner. Wenn hier die ganzen Leute rumlaufen, sieht das natürlich keiner. Perfekt. Ich gehe jetzt wieder zu Robert und dann gucken wir mal, was der uns sagen kann. Gute Arbeit, Emra. Das wird der GED zu denken geben und Junior wird nie dahinter kommen, wie das passieren konnte. Das ist sicher nicht das Schlimmste, was dir geht, die passiert ist, aber jede kleine Sache zählt hier. Ich habe dir versprochen, dass du in Kontakt mit Frau X kommen wirst und das halte ich auch ein. Ich weiß nicht, wer Frau X ist, aber du verstehst das sicher. Wenn ich es wüsste, würde ich es trotzdem nicht sagen. Du scheinst zwar ehrlich zu sein und so, aber Sicherheit geht vor, wie Frau X zu sagen pflegt. Ich erzähle dir dann, wie du den Kontakt in New Hill Chris treffen kannst. Ah, wie du meinen Kontakt treffen kannst. Eine Person, die du zum inneren Kreis von Chill gehört. Wenn jemand ein Treffen mit Frau X arrangieren kann, dann ist es diese Person. Ich werde dir nicht sagen, wer es ist. Man weiß nie, wer gerade dazu hört, aber ich bringe dir einen geheimen Satz bei, den du nutzen kannst, um meinen Kontakt zu finden. Sprich mit dem Bewohner in New Hill Chris und sag ihnen diesen Satz. Die Kälte verbreitet sich in Epona. Wenn jemand mit, aber bald wird es wärmer, antwortet, weißt du, dass es die richtige Person ist. Um nach New Hill Chris zu gelangen, musst du um den großen Donner herumreiten. Also um die große Schlucht, die Epona ins Welt heilt. Vielleicht findest du eine Stelle, wo du rüberreiten kannst. Aber mach dir da besser keine zu große Hoffnung. Reite zurück zum Mondsicheldorf und dann nach Osten durch den Siegelsumpf. Bleibst du auf dem Fahrrad, wirst du am Ende eines Weges nach Süden finden. Dann sollte es nicht mehr lange dauern, bis du nach New Hill Chris kommst. Wir sehen uns sicher wieder, Emrah. Viel Glück. Okay, da laufen wir jetzt dann mal hin, ne? Wo ist das? Hier bin ich und da ist es. Okay, let's go. Na, schaut euch das mal an. Man konnte einfach über die Brücke springen. Und das ist New Hill Chris. Hier ist das Championnat. Und ich bin gespannt, was uns hier so erwartet. Oh, hier stehen die Isländer. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele. Oh mein Gott. Acht Stück, echt? Oder sind das sogar mehr? Gucken. Ich muss mir die angucken. Ja, das ist das Einzige, was ich habe. Oh, das ist auch schön. Oh, das ist ja auch schön. Und das ist auch schön. Das ist auch schön. Das ist eigentlich auch schön. Und das ist der Schokobraune, den Maya letztens geritten hat. Super, super süß. Der ist auch schick. Der hat einfach mehrere Brauntöne. Und das ist... Hä? Ach so. Das ist die neue Farbe, dieses Rhone-Gedöns. Nice. Oh, wie schön. Das freut mich sehr. Gut. Ach, da tölten die... Oh, da töltet eins auf der Wiese rum. Ich glaube, die spielen. Hier sind ja richtige Straßen. Was ist das denn? Holy moly. Hier stehen ja noch mehr Pferde. Okay, hier sind die Leute. Hier steht jetzt das... Curly. Was? Ich will mal kurz schauen. Hier steht der Achal Tekina. Oder wie man den ausspricht, ich weiß nicht. Und der Mavari steht auch hier. Die Mavari finde ich ja auch irgendwie einzigartig. Aus wie so ein Cream-Soot hier. Der ist auch schön. Sehr, sehr einzigartig. Den finde ich auch toll mit seinen blauen Augen. Ja, cool. Ja, hör mal. Okay, wir reden mal hier mit den Leuten. Aber bald wird es wärmer. Wir haben direkt die Person gefunden. La, la, la. Was? Sagst du, die Kälte... Dass die Kälte sich in Epona verbreitet? Aber bald wird es wärmer. Du kennst den geheimen Satz, aber ich kenne dich nicht. Seltsam. Ich dachte, dass du auch Robert kommen würde. Wirklich seltsam. Wer bist du? Cool. Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt in Tokyo Quest. Ich bin super happy, was wir in den letzten Folgen alles erreicht haben. Hier sind auch noch super viele Shops und so weiter. Aber ich glaube, hier werden wir auch erstmal unseren Ruf verbessern. Ja, ich bin happy. Lasst mir gerne Like und Abonne und Kommentar da. Und guckt gerne auf Twitch vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao. ... ... ... ...